Muslime für Frieden Mit dieser Aktion wollen wir diese Ängste und Vorbehalte abbauen. Wir möchten einen breiten Teil der Bevölkerung mit dieser Plakateaktion über den wahren Sinn des Islam informieren. Wir sind der Meinung, dass die Leute, die Angst vor dem Islam haben, den wahren Islam und die wahren Lehren des Islam nicht kennen. Die Plakate werden vorwiegend an den Gleisen der U-Bahnlinien U1, U2 und U3 ausgehängt sein. Vielen Dank.